Sohn voller Furcht sein ich glaube auch nach Elben war Neusatzmann und das hat ja Keiler spielt Call of Duty Boah lol what the fuck Toi Fuck Ich wollte gerade C4 und so und ähm und ähm ja ähm äh äh ja Ach so weit kein Gegner what the fuck Ich darf einmal losballern Nein What the fuck man Ich bin mit dem Arschlecken Ja jetzt der Wache No what the fuck Es ist so unfair es ist einfach so unfair Ich bin zu unfair mit dem Ausdruck Ach die Chloro steht drauf Scheiße Ja ich weiß nicht wieso ich ne Chloro im Zimmer hab Das ist einfach nur wegen Allergie und Tempos auf Dauer Hm ja teuer Ah Achtung die feindliche Drohne nähert sich Er ist erledigt Geht doch gleich viel besser Warte fuck wo ist der Boah 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 Scheiße wo wir grad messen Ich hatte sogar die richtige Taste Boah 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 Oh, what the fuck? Ging alles vorbei. Klar, wie immer. Ich glaub, es war ein Gegner. Boah, ich brauch unbedingt ein paar Köln und so. Oh, warte, fuck. Wie hat der denn ich gezielt? Hä? Geht doch gar nicht. Lol. Mit dem schaut er springen gar nicht so extrem aus. Wie. Na, komm schon, kleiner. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Hä? What the fuck? Ich mach weiter mit M.G. rum. Umwarnsniper. Oh, fuck hey. Oh, die Dreckscamper. Diese Bro-Camper. Echt krank. Ha, ha, ha. Ich camp auch mal. Ein Orbital-Satellit ist online. What the fuck? Orbital-Satellit? Was ist denn das? Nein, zwei Taunen. Super. Sieben, elf. Oh, der mit seiner M.G. wieder da. Klein M.G. Bobys. Oh, fail. Mein K.L. Ah, scheiße. Okay, ist aber echt bitter. So eine Escort-Drohne, die... Hat schon was. Hä, Leute, der war... Boah, lol. Der lebt, what the fuck? Na, so viele liegen doch gar nicht vorbei. So schlimm war's doch gar nicht, oder? Boah. Hui. Knapp. Boah, gewonnen. Erste Runde zumindest. Unsere Generäle werden erfreut sein. Na, hab ich nicht. 071. Boah. Hahaha. Bitter Doppelkill wahrscheinlich, oder? Nee, Mann. Lol. Hahaha. Ganz geile Kille eigentlich. Oh, der klappt. Endlich. Level 35. Oh ja, jemand ist geil. Zumindest die Map. In real life wahrscheinlich scheiße, aber... What the fuck? Hä? Jetzt. Bei Level 55. Yololol. Das angebliche Jugendwort des Jahres. Angeblich zumindest, ja. Und da der Klan OM geht da oben, das ist ganz gut. Okay, gut, das ist ein Klan, also von daher. Ich will ne... Ich will ne... Lade, die Verteilung ist mir so ungerecht. Dann... Dann... Neal 45 mit 100 Punkten. Das ist... Sehr fair. Die Verteilung ist mir, als es überhaupt bringt. Sorry. Boah, ist sehr interessant. Und der Messangriff zur richtigen Zeit kann einen angreifenden Hund erledigen. Oha. Ich dachte, ich musste streicheln. Oder beruhigen, oder... Keine Ahnung. Füttern. Das ist dann bald mit einem neuen Mikro und so. Wird vielleicht geil. Oh oh. Hukla, hukla, hukla. 20 FPS. Das steckt mir um den Loading Screen. Ja, doch. Keine Ahnung, klar. Boah, ich dachte, ich werde ein Gegner. Warte, 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 warte. Hm, der war nice. Yeah! Scheiße! Aber egal. Lol, Doppelaufschuss, what the fuck? War echt ein Doppel... Lol, geil. Oh. Scheiße! Wieso habe ich nichts draufgehalten? Ja, ich würde es gar nicht sehen. Wie unruhig, dass der schon wieder überlebt hat, wahrscheinlich. Das ist vor allem bei Dauerfeuer so geil überleben. Ich bin nur mehr so der, der gerne, also nicht so wirklich campt, aber rumläuft und nebenbei noch ein bisschen, also nicht ganz offensiv. Warte, 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 warte. Oh, lol. Nur ein Assist. Hä? Da war doch, warte, 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 warte. Der cheatert doch. Weil, wo ich hinlaufe, ist sie nicht. Das war aber genau gezielt eigentlich. Nur ein bisschen zu wenig. Ja, klar. Replay war so wieder angeblich ein totales Epic-Fall. Erschütterung, Granate geworfen! Lottes Campen oder angreifen. Ich glaube, ich kann da jetzt... Loll! so schnell Jakob Sniper und kein Sniper Sniper und Sniper ganz so schon am besten nutzen Loll von Händen ja Loll genau bestimmt ganz bestimmt verschwör verschwör so boah keine Schocken oh ja da sind ein paar Gegner Weitschuss ich glaube ich versuche jetzt erstmal zu campen fuck fail egal ich glaube es gewinnen wir noch außer ich fülle noch weiter boah ist das krank oder so weg 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 what the fuck ein Rasttaste leck mich oh man kill und dann wieder von hinten verbündete Drohne nähert sich verbündete Drohne nähert sich verbündete Drohne nähert sich feindliche Truppen haben die Ausrüstung gehackt den Druck aufrecht halten lol Ausrüstung gehackt ha retter oder what the fuck wieder ganz leicht wieder ganz leichter Boss wieder ganz leichter Boss wieder 2 ich kann mich nicht entscheiden oh monistisch handenkämpfers Vattdiff Fark ja genau erst nachladen und dann mal ganz chillen können machen geht doch alle zwei Köln cool nicht ganz fast Antigott like naja war ganz lustig Vielen Dank.